Mach dir keine Sorgen, ein Teil der Bergpredigt Jesu. Das erzählte Jesus den Menschen in seiner berühmtesten Predigt auf einem Berg. Mach dir keine Sorgen darüber, von was du leben sollst. Schau dir mal die Vögel an. Sie kümmern sich doch auch nicht die ganze Zeit darum, wie sie die nächste Zeit überleben. Gott versorgt sie trotzdem jeden Tag. Denkst du, nur weil du dir Sorgen machst, kannst du dein Leben auch nur um einen Tag verlängern? Oder schau dir die Blumen an. Sie machen sich keine Gedanken, wie sie aussehen und sind auch wunderschön. Wenn Gott sich um Blumen kümmert, die morgen schon abgemäht werden, wie viel mehr wird er sich um dich kümmern? Wer Gott nicht kennt, macht sich um all diese Dinge Sorgen. Gott aber kennt dich und wird dich mit allem versorgen, was du brauchst. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!